Der zweite muss ich auch noch gewinnen, weil ich die Punkte kriege, ansonsten nützt mir das nichts, Meister. Was ist das so? 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 Was ist das? Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Was ist das? Was ist das so? 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 Das sollte geklappt haben. Was ist das so? 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 Was ist das? Ja, ich hab' auch schon einige Gegner gehabt, die damit gespielt haben. Muss ich ehrlich sagen. Aber wer so richtig... ...reizen tut mich das nicht. Sooo... Einmal kann ich noch, ne? Ja. So, dann warten wir auf den Gegner. Ja, das ist schade, dass man sonst nicht mit seinem Clan zusammen irgendwie, wenn man zusammenspielt, irgendwie um Gold spielen kann, ne? Das ist schade. Ich sag, das ist schade, dass man nicht irgendwie, wenn man im Clan zusammenspielt, irgendwie zwei gegen zwei oder so, sodass man da irgendwie, äh, ja, Gold erst spielen kann oder dergleichen. Das ist echt schade. Finde ich. Cool boy, der. Oha. Oha. Da ist der erste Turm gefallen. Zum Glück nicht meine. So, das gleiche. Prozedere. Gleich nochmal. Nehmen wir den Ritter nochmal. Und die Kobolde. Schade. Schade, schade, schade. Was sagst du? Ich wollte eigentlich nicht durchkommen. Bam. Bam. Na, schafft er den dritten Turm noch? Nee. Schade. Ja, aber ich hätte gerne den dritten Turm noch gehabt. Und das ging ja nur leider nicht. Aber ich habe immerhin 400 Goldtale.